Warum liebe ich das Trading überhaupt? Weil für mich das Trading das geilste Business der Welt ist. Und ich will dir jetzt drei Punkte nennen, warum ich das auch wirklich so empfinde. Punkt Nummer 1, mit Trading kann man richtig fett Kohle verdienen. Warum ist das so? Weil du mit 1000 Euro einsteigen kannst oder mit 300, 400, 500 Euro und das aber aufgrund des Zinseszinseffektes so weit skalieren kannst, dass du daraus eine Million machen kannst oder noch mehr. Das ist wirklich mit Trading möglich. Punkt Nummer 2, warum ich das Trading sehr, sehr cool finde, ist, dass du damit ein Businessmodell sozusagen aufbauen kannst, wo du einmal lernst und sich der Prozess, wie man Geld verdient, nachher nicht mehr ändert. Das heißt, wenn du gelernt hast, wie du mit zum Beispiel 1000 Euro 10% verdienst, macht es keinen Unterschied, ob du dann nachher mit 100.000 Euro handelst weil die Summe ist zwar eine andere, aber der Prozess ändert sich nicht. Und vielleicht den Vorteil darzustellen ist, wenn du ein normales Geschäft hast und damit zum Beispiel 1000 Euro verdienen willst, musst du bestimmte Dinge tun. Wenn du mit deinem Geschäft, also ein anderes Geschäft eben, 100.000 Euro verdienen willst, dann musst du zum Beispiel Mitarbeiter einstellen. Du brauchst mehr Logistik, du brauchst ein Lager, du brauchst Buchhaltung etc. Beim Trading bleibt der Prozess der gleiche. Und das ist der geile Punkt. Das war zu dem Punkt 2. Punkt Nummer 3 ist, dass es super einfach ist, einen Einstieg zu bekommen. Das heißt, ich kann sehr, sehr einfach an meinem Rechner schauen, was sind die nächsten Schritte. Ich kann meinen Tag planen und warte dann einfach nur noch auf meinen Einstieg und das auch zu einer beschränkten Zeiteinheit. Das heißt, ich muss nicht den ganzen Tag am Rechner sitzen, sondern kann mir auswählen, okay, ich nehme die Morgensession und dann vielleicht die Mittagssession und in der Zeit trade ich. Und der Rest ist Freizeit. Deswegen ist Trading für mich so ein geiles Business.